I'll be that young, pretty fly, smooth, cool, biggest kid We the future But you doubt on us Saying we left the hood, but can't get it out of us Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Quick Games Lang, lang ist es her, aber heute legen wir munter los Und zocken um 5000 Euro, meine Freunde Was wir heute machen ist folgendes Wir versuchen den Reels-Parcours zu bewältigen Und wie das aussieht, erkläre ich euch jetzt So Freunde, bevor es zum Erklären der Regeln geht Stellen wir einmal das herausfordernde Team vor Wir sind die Jackson Five, ich bin der Batu Ich bin der Ebra, ich wohne das Ding heute, ja Ich bin der Ender Ich bin der Mo und komme aus Iserlo Ich bin Yasser aus Gidab So, unsere Jungs kennt ihr, ne? Der Nadim, der Sedat, der Javid, der Janer und der Max Die sind auch mit dabei, Freunde und heute geht es um 5000 Euro Und heute geht es nicht um Können, sondern um pures Glück Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie das aussieht Hier, schaut mal, wir haben diese zwei Kugeln Und wir haben hier diese Sticker, ja? Auf diesen Stickern kann man die Kugeln beliebig platzieren Man darf sie nicht nach vorne schleudern, sondern muss sie dann, wenn man seine Position gefunden hat Einfach loslassen So, und dann rollt die Kugel Nicht In dem Fall, in dem Fall, wenn die Kugel irgendwo stehen bleibt Gibt es null Punkte, dann ist das Spiel für die Person dann durch Rollt die Kugel aber weiter Zack Und schafft es hier durch Zack Gibt es am Ende des Parcours vier Becher mit jeweils 50 Punkten, 100 Punkten, 25 Punkten und einem Punkt Eigentlich ganz easy, ja? Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt Rollt die Kugel jetzt einfach hier dran vorbei Sind es auch null Punkte Entweder man trifft einen der vier Becher Oder es gibt keine Punkte Wer anfangen darf, entscheidet jetzt eine schnelle Runde Schnick, schnack, schnuck Drei, zwei, eins Schalt! Okay? Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Ja! Also lasst ihr dem gegnerischen Team den Vortritt Ja, sehr gut Ist das fair oder fair? Fair Fair Also das heißt, wenn ihr jetzt die fünfe Mille gewinnt, für den Akt haltet ihr dann, ne? Ja, ja Ja, ja Die Regeln sind klar, ne? Einfach loslassen Das ist so ein Glücksspiel, ne? Ich check nicht! Warum spielen wir das, Mann? Jetzt? Oh Ui, ui, oisch! Ja! Ja! Egal, egal! Egal, egal! Egal, egal! Aber wir kriegen das hier Ja, wir kriegen das hier Genau, kommt hier Ah, der macht diesen ganz dreck Er macht diesen ganz dreck genug Okay Okay Ja! Ja! Also man muss tatsächlich sagen, dass es alles nur Glück ist und wir eigentlich gewinnen sollten, weil alles nur Glück ist Okay, wer von euch geht jetzt als nächstes ins Rennen? Und und und, wie ist deine Gefühlslage? 100 Punkte 100 Punkte? Alles gechillt! Alles gechillt! Alles gechillt! Alles gechillt! Der kommt gut! Der kommt gut! Der kommt gut! Boah! 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 Das sieht aus wie einer! Ja! 100 Punkte! Statement jetzt nach der dicken Ansage Ja, es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben Aber wir haben noch drei Versuche Und da holen wir alles aus Okay? Okay, Major! Kein Druck, die sind jetzt links Heitig! Komm! Boah! 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 Ich versteh' ich nicht Ja! Okay, das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Okay, okay! Sehr stark! Sehr stark! Sehr, sehr stark! Boah! 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 Wir haben hier den Zettel Lass den Löhren raus! Der Löhre kommt jetzt bitte! Der Löhre kommt jetzt! Der Löhre kommt jetzt! Schau, 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 schau! Okay, los geht's! Der Nächste! Wer hat das akzeptiert? Oh! 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 Ball! Was geht da ab? Wie knapp und spannend war das? Oh, Max! Geiß das Ding jetzt! Ich bin nicht Freunde! Wir müssen 200 machen, wenn wir das nicht schaffen. Wir müssen 100 machen, wenn wir das nicht schaffen. Okay, los geht's! Das ist jetzt der Entscheide, wenn wir den Entscheiden! Tschüss, tschüss, tschüss! Wenn er nicht in die 100 kommt, haben die Jungs gewonnen! Hopp! Spannend! Es ist so, als würde! Oh! Hey, sehr gut gespielt! Für uns gut gespielt! Nein, Alter! 4, 6, 8, 7, 8, 10, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000! Schmeckt! Super! Taui für jeden! Freut euch! So, Freunde, so schnell kann es gehen! Der Name ist Programm Quick Games. Innerhalb von 5 Minuten haben sich die Jungs 5 Riesen gegönnt. Denkt ihr das gut, oder? Ja! So, Freunde, das war es wieder mit den Quick Games. Wir hoffen, ihr hattet Spaß! Ja, Freunde! Bewerbt euch fleißig! Schickt uns eure Ansagevideos einfach zu! Und vielleicht seid ihr schon nächste Woche dabei! Und tretet gegen uns an bei den Quick Games! Ich würde mich auf jeden Fall freuen! Lasst ein Like da! Lasst ein bisschen Liebe da! Lasst einen Kommi da! Abonniert den Kanal! Aktiviert die Glocke! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss, Freunde!